Moin Moin und wieder ganz herzlich willkommen auf dem Kanal. Heute gucken wir uns mal Warhammer Age of Sigma an und zwar Champions, das Sammelkartenspiel. Ja, als allererstes natürlich wie immer, ich freue mich immer wenn ihr abonniert, dann sehe ich auch, dass euch das gefällt was ich hier so tue. So, über Likes und Kommentare freue ich mich natürlich auch. So, Warhammer ist uns jedem schon mal über den Weg gelaufen als Tabletop-Spieler, das ist unvermeidlich. In der Kartenform kenne ich das jetzt noch nicht und deswegen habe ich jetzt letztens im Angebot günstig was geschossen von dem Champions-Spiel und da schauen wir uns heute mal eins der vier Starter-Decks an, also wir schauen uns alle vier an, aber heute fangen wir an mit der Kampagnen-Deck-Ordnung. Ja, und hier sehen wir auch schon, in welche Richtung das geht. Das sind natürlich die guten Jungs und nicht das Chaos. Und wir gucken mal, was wir hier drin haben. Ich bin ja komplett neu in dem Spiel, ich habe tatsächlich nur auf der Switch mal irgendwie eine kurze Runde gespielt, weil das ein Gratis-Demo war, um so ganz grob in die Mechaniken reinzukommen. Ansonsten müssen wir uns das hier mal so zusammen aneignen, beziehungsweise wir gucken uns die Sachen erstmal an und dann schauen wir mal, wie so das ankommt und ob ich dann mal ein Let's Play oder so für euch mache. Schauen wir mal. So, versammel deine Champions und führe sie zur Ordnung, zum Sieg. 38 Kartenarmee, kampfbereit. Booster mit 13 Karten, vergrößere deine Armee. Ordnung, exklusive Karte. Kampagnenmatte, die wird wohl aus Papier sein. Lebenspunktzähler, ausführliche Anleitung, das ist gut, ausführliche Anleitung. Vervollständige deine Sammlung, jawohl. Das sind die vier Decks, die habe ich alle vier hier für euch, die gucken wir uns alle an. Und dann gibt es noch hier diese App, man kann nämlich seine Karten wohl auch scannen parallel. Und ja, wenn dem wirklich so ist und die App funktioniert, weil das Spiel hat ja auch schon ein paar Tage auf dem Buckel und ist glaube ich mittlerweile hauptsächlich digital, da werde ich mir natürlich meine Karten vorher scannen und gucke, ob die bei mir dann auch irgendwie drin sind, bevor ich die Videos dann veröffentliche. Das ist irgendwie logisch, ne? So, dann wollen wir mal gucken. Das ist geklebt, befürchte ich fast. Ja, da müssen wir einfach mal brutal sein und das hier oben einfach mal aufreißen, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Na komm. So. So, da wird die Schuhe draus, dann können wir das nämlich da gleich auch wieder ein bisschen reinpacken. Und ja, schauen wir mal. Wir haben hier schon ganz schön viel Papierkram am Start. Wir schütten es einfach mal aus, ne? Uh, ein Booster. Mein erstes Wochenbart-Champions-Booster. Verrückte Welt. Okay, und dann sind hier Sachen drin, die einfach festhalten. Blüpp, blüpp. Ah, so. Ihr seht, da ist so eine klasse Struktur hier drin. Verrückt. Okay, hier haben wir natürlich unser Deck. Oh, wir haben sogar Token dabei. Verrückt. Gut. Wir gucken erstmal. Das Booster machen wir natürlich gleich auf. Wir gucken uns erstmal hier. Hier haben wir die Spielmatte nämlich an, ne? Oh, die scheint wirklich groß zu sein. Jo, geht schon, ne? Ich denke mal, die wird schon fast normale, reguläre Playmate-Größe haben. Und ja, der Witz an der Sache ist, wir spielen das hier auf einem Feld. Und da wird auch nicht bewegt oder so großartig. Ihr seht hier die verschiedenen Felder. Wir haben unten die Segnung. Dann haben wir die Champions und darüber die Aktionskarten quasi. Die Champions, da suchen wir uns die vier aus, die wir da hinlegen in die Mitte. Die bleiben da liegen. Die können Questen, also aufsteigen, wie man das aus so klassischen Rollenspielen kennt. Und wenn das geschehen ist, das muss man viermal machen, dann kriegen die die Segnungskarte freigeschaltet, die unter denen liegt. Und ja, oben spielen wir halt unsere Spells und unsere Units hin. Quasi, je nachdem, ob wir jetzt einen Champion haben, der halt Zauberer ist oder der halt Units beschwören kann. Es gibt wohl auch Champions, die das beides können. Und dann haben wir hier links unseren Ablagestapel, rechts unser Deck. Obenrum geht die Live-Counter-Leiste. Und hier haben wir dann auch noch schön so ein bisschen was, um da reinzukommen. Da steht erklärt, was hier wo ist. Dann schauen wir mal. Die Rückseite ist nicht bedruckt tatsächlich. Okay, ich dachte, da steht noch was. Aber nein. Schön, dann können wir das nämlich hier als Matte nehmen. Und hier haben wir dann tatsächlich unsere Kurzregeln. Und die sehen doch relativ umfangreich aus für Kurzregeln. Oh ja, die sind quasi im gleichen Format wie die Spielmatte. Und ja, außer. Ein Deck muss aus folgenden Karten bestehen. Vier Champions. Der gleiche Champion darf sich höchstens zweimal im Deck befinden. Wenn ein Champion einzigartig ist, darf er nur einmal im Deck vorkommen. Die Gesamtkosten für alle vier Champions dürfen nicht höher als 20 sein. Vier Segnungen. Jede Segnung darf nur einmal im Deck vorkommen. Das sind wie gesagt die Geschichten, die ihr kriegt, wenn ihr gequestet habt. 30 Aktionskarten. Die gleiche Aktionskarte darf sich maximal dreimal im Deck befinden. Okay. Also der Deckbau scheint nach den Punktenkosten der Champions sich zusammenzusetzen. Ich denke, das ganze Fuß folgt. Das könnte er wohl so dabei mogeln. Also ich arbeite mich da auch gerade ein. Das muss jetzt nicht unbedingt stimmen, was ich hier sage. Okay. Champion Karten. Hier sehen wir mal, wie die Karten so aufgebaut sind. Da gucken wir gleich noch ein bisschen näher drauf, weil der Witz an der Sache ist, die rotieren. Ihr seht hier diese Zahlen. Also die sind nicht hier zur Erklärung. Die sind wirklich zum Rotieren. Und jedes Mal zur neuen Runde rotiert einmal die Karte eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn. Und dann tritt immer der Effekt ein, der oben links in der Ecke steht. Das heißt, wenn die hier rotieren würde, schwuppdiwupp, dann wird zwei Schaden ausgeteilt zum Beispiel. Dann wird sie wieder rotieren, wieder zwei Schaden. Und wenn sie auf die letzte Kante kommt, dann kommt sie aus dem Spiel und das Feld wird wieder frei. So wird das gemacht. Ja, ich finde die Mechanik eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Und ich hätte erst gedacht, die haben noch ein Kartenspiel. Aber das ist schon ein bisschen anders. Und mal wieder, ja. Also der Preis war auch heiß. Von daher alles supi. Jo, und ich kann ja nie genug geilen Scheiß haben. Ihr kennt das ja. Dann haben wir hier wirklich ziemlich viele Erklärungen. Hier unten sehen wir, wie gesagt, nochmal das Spielfeld. Hier haben wir die Symbole, die auch halt als Trigger werden. Wenn mancher sagt zum Beispiel irgendwie, zählt nur, wenn eine Biest-Kreatur gerade da drin liegt oder so, dann guckt er hier unten drauf. Da, Biest. Und dann funktioniert das. Hier ist das mit der Kartendrehung nochmal. Der aktive Spieler setzt die folgende Einheit in Karte ein. Da sie in der ersten Ecke ein X zeigt, passiert nichts. Ne? Äh, wenn sie ins Spiel kommt. Jo, ne? Dann rotiert sie. Hier haut er dann zwei Schaden raus. Ähm, in der nächsten Schlachtphase des Spielers wird sie erneut gedreht. Dieses Mal auf die dritte Ecke. Jetzt hat sie kein Drehsymbol in der oberen linken Ecke. Medikart ist also erschöpft und wird abgeworfen. Dann kommt sie auf den Ablagestapel. Ja, ist ganz cool. Also wie gesagt, das ist mal was anderes so. Ähm, dann haben wir hier den Spielverlauf. Auch schön. Einmal kurz. Auch nicht so winzig klein. Ich hab ja zuletzt irgendwie, je nachdem in welcher Reihenfolge ihr die Videos guckt, Gate-Ruler mir angeguckt. Mann, hat sie die Sachen klein geschrieben. Für so einen alten Menschen wie mich ist das echt scheißklein, auf Deutsch gesagt. Jo. Da haben wir halt unsere Anleitung. Also die sieht schon mal ganz gut gemacht aus. Und auch, ja, wie gesagt, nicht, äh, ungeeignet für Brillenträger. Ja, cool. Das freut mich schon mal. Das ist schick. Die legen wir natürlich jetzt wieder an die Seite. Und, ähm, schwuppdiwupp, schauen uns natürlich jetzt die Karten hier an. So. Da haben wir unsere Mathe, die auch gut drauf aufpassen. Auch schön, wie gesagt, learn to play. Da steht dann immer, was man damit tun kann. Und, äh, ja, wir gucken uns natürlich erst das Kartendeck an, bevor wir die Boosterpackung uns angucken. Und wir machen uns wie üblich auf die Suche nach dem Öffner. Der ist aber hier relativ gut sichtbar. Tada. Und dann öffnen wir unser erstes Deck. Warhammer Age of Sigma Champions. Ja, wir haben hier zwei Token. Ich weiß nicht, ob hier jetzt Lebenspunktzähler oder was fungieren soll. Müssen wir gleich mal gucken. So. Ähm, vielleicht sagt uns das Deck ja auch das. Ähm, blablabla. Kampagne Mathe. Lebenspunktzähler. Ja. Das sind wohl unsere Lebenspunktzähler. Schön. Okay. So. Dann haben wir hier die erste Karte, die wir uns jemals angucken, hier auf dem Kanal von Warhammer Champions. Ähm, ja, wir sehen, das ist eine Championkarte. Das steht hier. Es ist ein Krieger-Champion, also kein Zauberer. Und, ähm, des Weiteren sehen wir hier, welcher, äh, Klasse der angehört. Der ist ein Stormcast. Ähm, die grünen Punkte sind, soweit ich weiß, die Punkte für den Zauberer selber. Und die roten, da kriegen wir einen Schaden. Also jeweils für jeden, äh, ne, wenn er jetzt eins drin steht, kriegen wir einen Schaden sofort abgezogen, nur weil wir den Champion dabei haben. Das ist immer ein bisschen düster. Ja, hier unten ist, wie gesagt, immer der Scan-Code. Die kann man wohl irgendwie einscannen. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Und, ja, dann haben wir hier Besonderheiten bei dem Champion. Das sind hier seine Quests. Das heißt, ähm, ihr müsstet quasi einmal Schaden machen, eine Unit-Beschwören, eine Ability machen und dann einmal, ich glaub, ein Stormcast-Beschwören ist das. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann gibt's die, äh, Segnungskarte, die auf dem Plan unter ihm liegt. Also, ne, in dem Feld steht unter ihm. Jo, das ist unser erster Champion. Der kann aber nicht viel. Ihr seht, äh, tapfer und nachgiebig. Das ist eigentlich nur Fluff-Text, was hier draufsteht. Die Liberators sind Sigma. Das haben wir in menschlicher Gestalt. Ach ja, boah, mal Vokabular. Hier ist wieder, ne, Superlative werden gepriesen hier. Weiter geht's. So, ähm, dann haben wir, oh, ist der Deutsch, fällt mir gerade mal auf. Tatsache. Ich hab schon gelesen, dass bei den Boostern, ähm, wohl in der deutschen Version diverse Übersetzungsfehler drin sind. Deswegen hab ich mir das, was ich mir, äh, organisiert hab, eigentlich fast ausschließlich in Englisch organisiert. Ja, aber das sehen wir dann. So, dann haben wir den nächsten Champion. Das ist Night Heralor. Auch ein Stormcast. Der kann aber mal was. Äh, Heldentat. Dreh. Ja, auch schön. Ähm, Dreh. Eine hervorgehobene, äh, Stormcast. Ähm, ja, da haben wir auch das Symbol. Äh, einen Schritt vorwärts. Ne, also vorwärts ist, ne, gegen den Uhrzeigersinn in diesem Fall. Das heißt, die ist dann schon eine Station weiter. Und, ähm, hervorgehoben heißt in dem Moment hier, dass das hier, äh, erst, ne, quasi da und links und rechts quasi, äh, funktioniert das dann, so wie ich das verstanden habe. Genau. Das sind immer die Felder. Okay. Das auch wieder, das war ein Champion-Zauberer diesmal, ne. Also der kann theoretisch dann halt auch Zauber auf den Tisch bringen, ne. Also nur Zauber. Und, ähm, dann, Moment, Champion-Zauberer. Ja, der ist aber in Rot. Normalerweise hatte ich gelesen, dass die Zauberer ausschließlich einen blauen Rahmen haben. Okay, also der scheint dann, hier ist das ein Mischzauberer. Ne, also er ist ein Krieger, er ist ein Zauberer. Okay, da ist schon mal wieder Bedarf, das mal nachzuforschen. Ja, dann haben wir hier tatsächlich einen Zauberer als Held. Das ist der Lord Relictor. Und, ähm, der haut uns ein Leben. Ähm, ne, minus ein Leben. Minus ein Leben. Okay. Ähm, haut er uns weg. Dann sechs kostet der. Und, ähm, wie gesagt, das ist ein Zauberer. Wenn dieser Champion oder eine Karte, die er kontrolliert, dir vier oder mehr Lebenspunkte einbringt, darfst du eine hervorgehobene Einheit einen Schritt zurückdrehen. Ah, okay. Das ist natürlich auch cool. Ne, dann drehen wir die zurück. Und, ähm, dann, zum Beispiel, wenn die gerade viel Schaden haut, dann ist das eine praktische Sache. Ich musste gerade mal so ein bisschen aufs Artwork gucken. Schon lange nicht mehr Warhammer-Artworks betrachtet, muss ich sagen. Ich bin im Moment bei so vielen anderen Sachen unterwegs. So, dann haben wir Wendos Hammerhand. Ähm, auch ein Stormcast. Champion Krieger. Wenn eine Einheit, die dieser Champion kontrolliert, von deinem Gegner entfernt wird, füge ihm drei Schaden zu. Jawohl. Okay. Hm. Okay, okay. Dann haben wir... Jetzt, ah, jetzt geht's los mit den normalen Karten. Ah, hier haben wir die Blessings, ne? Das sind die quasi die Segnungskarten, die ihr kriegen könnt, wenn ihr, ähm, die ganzen Quests auf dem Champion erledigt habt. Und was haben wir denn? Wir haben Swift Judgment, haben wir hier. Segnung sofortig. Ja, man segt nämlich sofort. Ähm, ihr seht, das geht auch nur auf das eine Feld über den Champion, ne? Quasi. Äh, füge deinem Gegner vier Schaden zu. Äh, ach, zu dem Gegner. Okay. Äh, erhöht sich um fünf, wenn der hervorgehobene Champion unbesetzt ist. Also, wenn keine Karte quasi drauf liegt, ne? Also, die er gerade über sich liegen hat. Mhm. Okay. Alles klar. Fühle. Also, der Schaden geht dann quasi direkt auf den Gegnern, auf die Lebenspunkte des Gegners. Und, äh, ja. Also, das Feld, was quasi über ihm ist, ne? Also, hier ist der Champion. Da seht ihr immer, ne? Und das Feld da drüber. Würde auf dem Spielplan einfach heißen, das Feld da drüber ist leer. Dann funktioniert das. Also, gibt's dann quasi einen Schaden mehr. Dann haben wir Divine Blast. Segnung sofortig. Äh, füge deinem Gegner sechs Schadenspunkte zu. Du erhältst zwei Lebenspunkte. Das ist natürlich sehr praktisch. Gerade im Late Game kann man das immer gut gebrauchen. Dann haben wir, huch, eine Segnung passiv. Okay. Das ist wohl auch eine Karte, die sich dann, äh, die dann rotiert. Verrückt. Ähm, du erhältst, dann ist das Rotationssymbol Lebenspunkte. Das heißt, wenn die so, wie sie liegt, drei, ne? Beim nächsten Mal rotieren zwei, dann zwei, dann zwei. Ich frag mich nur, ähm, ja, die rotiert quasi die ganze Zeit. Die hat ja keine Leerseite, ne? Das heißt, die wird eigentlich auch nicht abgeschmissen. Die bleibt dann permanent da. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ah, ich hau hier einfach mal so ein paar Thesen raus, ne? Ähm, da haben wir Stormforge. Segnung passiv. Wenn eine hervorgehobene Stormcast, ja, Karte, ähm, aus dem Spiel kommt, zieh eine Karte. Okay, alles klar. Und, ähm, ja, das ist hier komplett die ganze Reihe, ne? So, jetzt geht's los mit den Einheiten. Champions hatten wir. Dann hatten wir unsere Segnung, die unter die Champions kommen. Und dann haben wir jetzt unsere Einheitenkarten, beziehungsweise Spells. Schauen wir mal, was da so schönes kommt. Wir haben den Disruptive Liberator. Ähm, Karten auf Deutsch, Namen auf Englisch. Bei Wormer40K sind es ja wieder dazu übergegangen, die Einheiten haben, auch zu einzudeutschen. Oder zumindest Teil einzudeutschen, was teilweise wirklich zu interessanten Kartentexten, äh, beziehungsweise auch, äh, Texten im Buch führt, in den Regelbüchern. Ja, so. Wir sehen hier, er gehört den Stormcasts an. Und, ähm, wenn er reinkommt, passiert nichts. Erste Routierung kriegt er, haut er einen Schaden auf den Gegner. Bei der zweiten haut er zwei raus. Sehr schick, ne? Also, was heißt sehr schick? Aber so funktioniert er. Das ist halt ein Standard, ne? Ist jetzt nichts weltberühmtes, äh, berühmtes. Haben wir zweimal drin. Dann haben wir den Longstrike Raptor. Joa, er kommt rein, nix passiert. Ähm, er rotiert dann zwei x2. Fügel im Gegner halt das, äh, Rotationssymbol. So viel Schaden zu, wie gerade die Karte oben links anzeigt. Er erhöht sich um zwei, wenn der hervorgehobene Champion unbesetzt ist. Okay. Okay, 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 okay. Mhm, alles klar. Longstrike Raptor nochmal. Dann den Paladin Decimator. Äh, 1, 2, 3 beim Rotieren haut der Schaden raus. Auch ein Stormcast. Zweimal drin. Dann haben wir den Paladin Protektor. Der Beschützer. Auch ein Stormcast. Ähm, zwei Schaden beim ersten und beim Rotieren ein. Schaden, den du durch, äh, durch hervorgehobene Feinde nimmst, verringert sich um, ah, so viel wie hier oben ist. Oh, okay. Ähm, hervorgehobene verbündete Einheiten können nicht entfernt werden. Oh, also okay, der beschützt die quasi. Und hier oben, wir sehen die hervorgehobenen Dinger. Das sind die, ähm, Feinde, ne? Also sprich, eins über ihn und quasi diagonal die Felder. Sehr schick. Ja, das ist auch ein Namensprogramm. Der Protektor. So, dann haben wir hier, ähm, Alpha Griff Charger. Ein Biest. Das sehen wir hier, ne? An dem Symbol. Und ich glaub, es gibt ne Karte, die triggert irgendwie mit dem, mit dem Begriff Beast in diesem Deck. Ich hatte nämlich das, ich glaub, das wird das Starterdeck auch gewesen sein, was man in der Demo spielen konnte, ähm, online. Ähm, ja, schauen wir mal. Füge deinem Gegner, äh, Schadenhöhe der linken Ecke zu. Das kennen wir schon. Wenn der hervorgehobene Champion mindestens sieben kostet, erhöht sich der Schaden um ein. Ah, okay, also die Punktekosten vom Champion, das war das Grüne. Da könnt ihr dann mal gucken, wo ihr den am besten Schaden machen lasst. So, dann haben wir den Hurricane Raptor. Ähm, füge deinem Gegner Schaden zu, ne? Wie üblich hier oben links. Ähm, wie nennen wir den Schaden? Nennen wir mal Rotationsschaden? Ja, nennen wir mal Rotationsschaden. Der hervorgehobene Champion kann keine Einheiten oder Zauber einsetzen und keine Fähigkeiten ausspielen. Oh, böse. Ne? Sehr böse. So, und ah, wir sehen hier auch anscheinend die Rarität hier unten, ne? Ähm, 0, 1, irgendwo, das Symbol. Eben hatten wir, hatten wir denn irgendwo mal eine Uncommon oder kommt eine Uncommon? Ah, hier, genau, aber ein U. Ich denke mal, das steht für Uncommon. Ich weiß nicht, ihr kennt die Rarities hier noch gar nicht. Ähm, aber das ist, glaube ich, mal so Standard. So, dann gucken wir mal. Wir haben den Star Drake. Okay, ein Biest. Ähm, wenn diese Karte ins Spiel kommt, wirf eine Karte von der Hand ab. Oh, das ist nicht so schön. Füge deinem Gegner Rotationsschaden zu, entferne eine hervorgehobene Einheit. Okay, das mit, äh, der Handkarte abschmeißen, das ist nicht so schön, weil, das funktioniert hier so, ihr habt zwei Actionpunkte und ihr könnt dafür, könnt ihr halt entweder hier was ausspielen von der Hand oder halt ein Spell, auch egal, Einheit oder weiß der Teufel was. Ihr könnt dann zum Beispiel auch, ähm, eine Aktion von dem Champion nutzen, wenn die irgendwelche haben, die irgendwelche Actionpunkte kosten. Und das könnt ihr halt zweimal machen, dann sind die Actionpunkte weg. Das heißt, ihr habt maximal zwei Karten von der Hand ausgespielt. So, ähm, dann ist euer Zug aber zu Ende und ihr zieht nicht automatisch Karten auf. Ihr braucht, um Karten aufzuziehen, braucht den Aktionspunkt. Also, habt ihr in der nächsten Runde erstmal nichts zu tun. Die Dinger rotieren hier, hauen ein bisschen Schaden raus, äh, ihr sagt, ich passe und dann kriegt ihr zwei Aktionspunkte und für diese zwei Aktionspunkte könnt ihr dann wieder Karten ziehen demnächst, ne? Das, da muss man immer ein bisschen aufpassen, das ist, da war ich auch ein bisschen verwirrt am Anfang. So, dann haben wir hier den Long, Long, nee, was ist das nicht Long? Strike Force, nicht Long Strike, irgendwo, wo war ich denn gerade? Achso, ich war gerade bei den Tau, ne? Ähm, Strike Force Liberator, so heißt das. Dormcast, füge deinem Gegner Rotationsschaden zu, erhöht sich um zwei, wenn du mindestens 20 Lebenspunkte hast. Yo, kann man mal bringen, ne? Dann haben wir, ah, hier haben wir eine Ability, sehen wir hier oben an dem Symbol, ne? Das ist halt wichtig zum Beispiel, wenn man, ähm, wenn man sagt, ich möchte jetzt hier, äh, die Triggerfähigkeit von, äh, ich meine meine Questfähigkeit von einem Champion, ähm, triggern. So, ne, da hätten wir, sagen wir mal, der liegt gerade so, dann müssten wir jetzt halt das noch erfüllen, ähm, dann wird da wieder ein weiter gedreht und dann müssten wir das noch erfüllen und dann hätte er endlich seine Dings freigeschaltet, ne? Dann haben wir alle vier einmal gehabt, aber wie gesagt, wenn er so liegt, er erkennt hier das Symbol, dann zählt das hier, wenn natürlich nur, wenn er das auf das Feld über den Champion spielt, ne? Quasi, dann zählt das für ihn hier als, äh, getriggert und dann questet er einen weiter. Jo, so, das ist Piercing Shot. Äh, füge deinem Gegner drei durchschlagenden Schaden zu. Äh, durchschlagen ist, glaube ich, dass der einfach nicht abgewendet werden kann. Müssen wir uns nochmal bei Gelegenheit angucken, die Schlüsselwortfähigkeiten hier. Okay, so, da haben wir einen Spruch, den erkennt man im wunderbaren blauen Rahmen hier. Und wir sehen XX4, das heißt, ihr haut den da hin, der muss zweimal rotieren und dann gibt's vier Schaden. Und wir kriegen dann aber auch vier Lebenspunkte dazu, doppelt gut, ne? Wie gesagt, gerade im Late Game immer, immer schön. Dann haben wir Stand Fast. Hervorgehobene Einheiten dürfen nicht gedreht werden. Ah, okay, das ist hier unten, ne, also links und rechts quasi. Das ist interessant, das ist interessant. Ähm, der hält aber auch nur eine Runde, ne? Also, ihr seht, hier ist das Rotationssymbol, da ist schon wieder nichts mehr. Das heißt, nach einem Mal haut der ab. Dann haben wir, ähm, Righteousness. Righteousness? Righteousness gibt's halt ein interessantes Wort. Hab ich in meinem ganzen Leben Englisch noch nicht gelesen. Ähm, ja, äh, auch wieder in Spellen, in blau. Füge deinem Gegner Rotationsschaden zu. Also, drei Rotationsschaden in diesem Fall. Äh, Schaden, den du durch hervorgehobene Feinde nimmst, verringert sich um zwei. Also, sprich über ihm hier und links, also diagonal von ihm oben. Dann haben wir Gift of Sigma. Und, ähm, ja, jetzt auf einer deutschen Karte vielleicht ein bisschen verwerflich, äh, was heißt verwerflich, äh, ein bisschen verwirrend. Äh, Gift of Sigma. Also, Gift heißt dann in dem Fall Geschenk, weil es nämlich dann doch Englisch ist und nicht irgendwie Gift. Das wäre dann nämlich Poisen. Ähm, du erhältst einen Lebenspunkt, erhöht sich für jede hervorgehobene Stormcast-Einheit um eins. Ne, also hier unten, wenn das Stormcast rumtun, äh, um zwei, Entschuldigung, um zwei sogar. Jo, alles klar. Das ist gut, Lebenspunkte sammeln. Dann haben wir Tactical Formation. Aha, auch ein Ability, aber kein Zauber. Ähm, ja. Oder gibt's auch Zauber, die nicht blau sind? Man weiß es gar nicht. Also, das läuft, glaube ich, einfach unter Ability hier, weil da steht auch hier Fähigkeit Zauber. Ja gut, oder halt Zauber. Und hier haben wir Fähigkeit beliebig. Okay, das ist gut zu wissen. Das heißt, ihr habt nämlich das Problem, ihr könnt Zauber, könnt ihr auch quasi dann, äh, kann auch nur der Zauberer dann auf den Tisch bringen. Das ist immer wichtig. So, dann haben wir, äh, wie gesagt, Tactical Formation. Fähigkeit beliebig. Ich ziehe eine Karte, vertausche diesen, diesen Champion mit einem hervorgehobenen, unbesetzten Champion. Das heißt, ihr könnt eure Champion swappen, also hin und her drehen. Das ist auch interessant. Interessant zu wissen wäre natürlich hier, ob man die Karte mitnimmt in dem Fall. Die über ihm liegt. Ah, die unbesetzt. Da steht's auch extra für blöde. So, dann haben wir Triumph and Smash. Fähigkeit beliebig. Entferne eine oder einen hervorgehobenen, hervorgehobenen, feindliche, feindlichen, oh mein Gott. Zauberer, männlich, weiblich, divers oder Einheit. Wenn eine Karte entfernt wurde, dreh eine hervorgehobene, verbündete Einheit einen Schritt zurück. Jo, das triggert nur ein Feld drüber. Das haben wir nochmal drin. Dann Restoring the Forge. Fähigkeit beliebig. Kann nur von einem Stormcast ausgespielt werden. Also, das ist wichtig. Mische bis zu vier Stormcasts vom Ablagestapel in dein Deck. Ah, das ist cool. Also, wenn eure ganzen schönen Einheiten schon rausgesiebt wurden aus dem Deck und vernichtet wurden, dann könnt ihr hiermit wieder was ins Deck bringen. Das ist ganz cool. Mystic Shield, das ist wieder ein Zauber. Das sieht man hier oben. Ach, hier steht nur Zauber. Also, nicht mal als Ability-Zauber, sondern ein reiner Zauber. Schaden, den du durch hervorgehobene Feinde oder Verbündete nimmst, verringert sich um das, wo es gerade hin rotiert ist. Okay, das ist schon mal ganz schick. Das ist schon mal ganz schick. Und die Reichweite ist ja auch quasi überall. Eure gesamte Reihe unten. Das ist also beide Reihen. Sehr schick. Dann haben wir Opportunity Strike. Fähigkeit Krieger. Füge deinem Gegner zwei Schaden zu. Erhöht sich um drei, wenn keine hervorgehobenen Einheiten im Spiel sind. Aha. Nochmal drin. Dann haben wir Brutal Smash. Füge deinem Gegner zwei Schaden zu. Erhöht sich um vier, wenn er acht oder mehr Karten auf der Hand hat. Oh, okay. Ja, gut. Das ist vielleicht... Ich habe das jetzt noch nicht wirklich oft gespielt. Außer, wie gesagt, in der Demo. Aber da hatte bisher keiner irgendwie acht Handkarten auf der Hand. Die Karte, die habe ich tatsächlich schon gesehen. Und die habe ich immer sehr, sehr gemocht. Gerade am Anfang ist sie cool. Wenn der Gegner noch nichts hat, um die zu removen und so, dann kloppt ihr die auf euren Slot, wo der Zauberer ist. Und dann rotiert die zweimal. Und beim dritten Mal haut sie sieben Schaden raus. Das ist cool. Arcane Bolt. Das ist fein. Die ist zweimal drin. Eine Boosterkarte. Einscannen und digitale Booster freischalten. Okay. Die werde ich mal kurz hinter die Kamera nehmen. Ja. Bringt das was? Man weiß es gar nicht. Wo skenne ich die denn ein? Mehr dazu auf OneMyChampions.com. Okay. Vielleicht gucken wir, ob das überhaupt noch funktioniert. Ah. Hier haben wir nochmal die Schlüsselwörter. Das ist ja schön. Erstmal die Kartenrückseite. Gucken wir aber noch gar nicht gesehen. Auch hübsch. Powered by Play Fusion. Ja. Die Champions können teilweise entfernen. Entfernte Zauber und Einheiten verlassen das Spiel sofort und werden abgeworfen. Raus damit. Durchschlagen. Durchschlagen. Das Schaden ignoriert Effekte. Die Schaden verringern. Das war das, was wir eben hatten. Und drehen. Drehe eine Karte in die angegebene Richtung und löse ihren Effekt aus. Eine Karte kann nicht über die erste Ecke zurückgedreht werden. Jo. Das macht Sinn. Ja cool. Okay. Das war unser erstes Deck hier. Und jetzt schauen wir noch natürlich mal ganz fix hier in die Boosterpackung rein. Was war denn das Schönes kriegen? Ich reiße einen Booster auf, wo Games Workshop draufsteht. Verrückt. Das hatte ich auch noch nicht in meinem Leben. Reißt sich aber auf wie ein Standard Magic Booster vom Gefühl her. Und dann haben wir hier Hellfire Blast. Ein. Oh. Ein Zauber. Ich habe ja eben den Arcan Bolt gelobt. Mit XX2. Hier haben wir XXX10. Das heißt, der rotiert dreimal. Und haut dann 10 Schaden raus. Das ist geil. Füge deinem Gegner Rotationsschaden zu. Nimm selbst 3 Schaden. Ah, okay. Das hat der Bolt natürlich nicht. Aber, ja. Dann den Liberator. Den haben wir ja schon mal gesehen. Dann Cursed Strike. Okay. Fähigkeit Krieger. Füge deinem Gegner 3 Schaden zu. Du darfst eine hervorgehobene Zauber- oder Einheit einen Schritt vorwärts- oder zurückdrehen. Okay. Alles klar. Fähigkeit Krieger. Aha. Dann haben wir Triumph and Smash. Entferne eine einen hervorgehobenen, hervorgehobenen, feindliche, feindlichen Zauber- oder Einheit. Wenn eine Karte entfernt wurde, dreh eine hervorgehobene, verbündete Karte einen Schritt zurück. Die ist auch im Deck drin. Dann haben wir Insatiable Blood Reaver. Okay. Wenn diese Karte ins Spiel kommt, entferne eine hervorgehobene Einheit. Füge deinem Gegner Rotationsschaden zu. Du erhältst zwei Lebenspunkte. Aha. Guckst du hier. Guckst du da. Dann haben wir... Uh. Ein Demon. Aha. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Starving Flashhounds. Rotier 222. Nimm zu Beginn deines Ersten... Ne, zu Beginn deines Zuges einen Schaden. Uh. Fui. Also jeden Zug einen Schaden. Wenn eine hervorgehobene Einheit Schaden verursacht, füge deinem Gegner Rotationsschaden zu und dreh diese Einheit einen Schritt vorwärts. Der Schaden auf deinen Gegner kann keine weiteren Effekte auslösen. Okay. Uh. Alles klar. Hier sehen wir schon, dass das mal was anderes ist. Das ist ein Demon. Dann haben wir Stacking und Risen. Okay. Als Attribute hier an der Seite. 1-1 rotiert die. Das ist eine Einheit. Und Schaden, den du durch hervorgehobene Feinde erhältst, verringert sich um Rotationsschaden. Für jede Unterstützung verringert er sich zusätzlich um je 1. Ja, neue Schlüsselwortfähigkeit. Die wäre nachzuschlagen. Okay. Dann haben wir Skybold Judicator. XX4. Füge einem Gegner Rotationsschaden zu. Erhöht sich um 3, wenn der hervorgehobene Champion keine Einheit kontrolliert. Aha. Das ist nett. Dann haben wir den Akulite Scrollbearer. Füge einem Gegner Rotationsschaden zu. Der Champion, der diese Einheit kontrolliert, kann Fähigkeitskarten ausspielen, die einen Zauberer voraussetzen. Aha. In diesem Fall nimmst du einen Schaden. Okay. Der rotiert permanent. 1-1-1. Also der rotiert. Der scheint anscheinend irgendwie die ganze Zeit drin zu bleiben. Der rotiert irgendwie andauernd. Müssen wir mal gucken, ob der über die 4. Wenn der über die 4. rausgeht, ob der automatisch rausgeht. Dann haben wir Fearsome Crypt Flare. Hervorgehobene Einheit. Nur ruhe und füge deinem Gegner Rotationsschaden zu. Das ist eine Rare. Okay. Alles klar. X22. Mordant. Auch coole Artworks hier drauf. Eine Warmer halt. Dann haben wir Karin Feast. Eine Segnung. Ah, cool. Segnungskarten. Ja klar. Muss man auch irgendwie kriegen. 3-2-2. Heldentat. Füge deinem Gegner Rotationsschaden zu. Du hältst Lebenspunkte in Höhe der Rotation. Dreh diese Karte einen Schritt vorwärts. Also die hat aber auch keine 4. Seite. Das heißt, die scheint irgendwann mal aufgebraucht zu sein. Also ich denke mal, dass sie sich dann auch erschöpft. Dann haben wir noch Bonesplitter. Shaman. Also ein Schamanen. Champion Zauberer. Und ja, der sieht nicht aus, als wäre es unbedingt von der Truppe wovon das Deck ist hier, von der Ordnung. Interessant, interessant. Wenn eine hervorgehobene Oruk-Karte, das ist nämlich ein Oruk, also wir sehen hier Ochse, Unterstützung 2 hat, erhöht sich der Schaden durch die Zauber dieses Helden um 3. Aha. Uh, das ist gut. Er kostet 7. Ach, hier haben wir mal einen Champion, der teuer ist. Und er haut uns gleich einen kaputt. Dann haben wir Frenzied Warbore noch als letztes. X22. Füge deinem Gegner Rotationsschaden durchschlagen zu. Ah, also ne, der kann nicht abgewendet werden. Alles klar. Gut, das war einmal schnell unser erstes Kampagnendeck. Die Ordnung hier. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Wir schauen uns natürlich auch noch die anderen Starterdecks hierzu an und schauen uns auch dann mal ein, zwei, drei Displays dazu an. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video. Schaut auch gerne mal auf die Facebook-Gruppe LCG-TCG-Karten-Nerds-Deutschland. Da treffen sich alle Kartenspieler hoffentlich irgendwann mal. Im Moment ist die Gruppe noch sehr klein. Da kann man nämlich über alle Kartenspiele reden, egal welches System das ist. Gut, ich bin jetzt endgültig raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Tschau, tschau, tschau. Tschau, tschau.